Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die letzte Front, anzunehmen bei General in Stahlstoß, in Heilsturz an dieser Stelle. Orquest Waven, die Flamme brennt noch und Geweihte Reinigung. Aufgemounted bin ich noch und nun geht es in diese Richtung. Weist nach Lichtschanze. Okay. Das sieht gut aus. Hier müssen wir hin. Quest ist abzugeben bei General in Stahlstoß, in Heilsturz an dieser Stelle auf dem Luftschiff. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.